Ich habe nur 2.800 Fuß Ich habe nur 2.800 Fuß Geht das hier noch mehr? Ich falle? Ihhh, wo geht's hier hin? Ich bin ge- Ah ne, ist ja ge- Ich bin woanders Ach du Scheiße Wo bin ich, verdammte Scheiße Fucking ey Ich habe gerade Abzweig genommen Ach du, das wirst du richtig Naja, ja, na egal Naja, oh, da unten habe ich was vergessen Hm, na gut, dann guck mal gleich da Was, hast du vergessen? Warte hier Naja, na vergessen da noch was zu gucken Aber alles nur weil da auf einmal ein Hase war und ein Dings war Kommt drauf Ich komm nicht drauf Dämon Ne, hier der Regenbaum da Ja, der ganz große, ja Wobei ich, ich dachte eigentlich Äh, ja, jetzt ist Peekestorm Nein, weil ich auf Kava war, weil Jemand gut nachgesagt hat Blödo Vogel, wie kommst du eigentlich hier rein? Loll, die komische Fledermäise muss man nur einmal hauen und dann sind die tot Wenn wir uns hier am ersten spawnen wollen Wenn wir uns hier am ersten spawnen wollen Ich sitze da einfach mal ganz schnell ein Set Ich hab dir gesagt, aber nein, du wolltest nicht Ich tu mal hier unten ein bisschen schön ausbauen Ja, okay Ja, okay Hat ein bisschen Hat ein bisschen Schneeke machen Siehste Ich würde auch vorstellen, dass wir uns vielleicht in der Hölle wie so ein Palast machen Ja, mit den ganzen Feuerhasen Also, Mokos, ich müsste mal kurz Weg Bis gleich Ganz kurz Ja, ja Da lässt der Robi mich alleine, aber egal, ich nehm's nicht übel Ich muss ja auch ab und zu mal kurz weg Aber ich seh jetzt erstmal ne Tyrien Weil sonst ist das echt Oh, scheiße Natürlich, sterben Sterben schön, weißt du was? Ist ein Grill-Life auch immer so schön zu sehen, dass man stirbt Ich bin auf der ewig werdenden Mission Zu sterben Mann Ich nehm ja schon ne Hammer in der Hand mit Twitter Ich nehm ja schon ne Hammer in der Hand mit Twitter Nee, da geht's ja ne Ist doch was, nein Oder? Doch, das sieht so aus Lassen wirs Von den Sekunden Ehh, gut, die ist Hunter davon gespawnt Spawärger Ehh Ekel Feuerhause, verpiss dich Ich weiß nicht, wo der mal hinfüß jetzt Lass mich nicht durch Lass mich nicht durch Lass mich durch Okay, der lässt mich echt nicht Hier muss ich töten Noch Feuerhasen vor mir Das kann doch gar nicht angehen. Jetzt lasst mich alle in Ruhe. Okay. Endlich! Nein! Ich frag mich jetzt warum es dunkler geworden ist. Nein, komm! Lass mich nur jetzt, brenn ich wegen dem Arschocker. Du, wenn wir mal nach Hause, blödvieh. Oh, klar, dass ich irgendwie sterbe ja. Aber sowas von. Hi Robin. Nein, noch nicht. Okay, dann warte ich noch. Hi Robin. Will gar nicht, will gar nicht, will gar nicht. Ich will hier ein bisschen aufwollen. Okay, sieht schön aus. Ich bin wieder da. Ja, Robin. Nein. Ich kack gerade die Nachbarn ab hier nach dem Spiel, Alter. Komm her, du blöder Voodoo-Pupskrins-Demon. Warte ich noch. Ah, sowas. Das ist richtig schön hell. Quietschgelb. Ey. Ich bringe Quietschgelb. Was ist Quietschgelb? Gar nicht. Was ist Quietschgelb? Sag, du sollst nicht fragen. Was ist Quietschgelb? Und nicht. Also, aber morgen, den ersten Tag oder was. Von Carina aufgekriegt. Ah, nicht unbedingt. Also, wie gesagt, ich solle mal gucken. Also, ich hätte nicht unbedingt gezwungen, aber... Naja, ich versteh schon. Können wir trotzdem... Können wir trotzdem... Allgemein morgen machen. Ich denke mal, wir sind auf dem Fahrrad fahren. Ich hab richtig gefragt, was wir machen. Also, da... Äh... Weiß ich noch nicht. Welche Fahrrad fahren oder so? Also, ja... So mal am Anfang nicht. Was ist... Aber es ist sowieso mal am Anfang nicht. Also, man muss erst so... Ganz spontan kommt da mal raus. echt gar nicht ab... Man, du ecklicher Hase... Ich hab's dann überhaupt schon. Ich hab's dann überhaupt nicht... Ja... Ich hab's dann überhaupt ein Bett... Alter, es geht ja bei mir! Oh, ne! Oh, gut! Wurde mal schnell! Ach, hab schon! Drecklappen! Teuerhauser! Ja! So, ich dir Drecklappen! Oh, ich... Komm, jetzt zum Helfen! Wollt mal, ich drehe mich nach rechts und was ist? Meiner bleibt so stehen, wie er war! Na, ich wollte hier ein bisschen ausbauen, damit es mir ein bisschen schöner sieht. Oh? Na, hier auch rechts so ein bisschen. Und da hab ich aus dem Hohlraum gesehen, da dachte ich mir mal, guck ich mal vorbei. Mann, wo ist das Dreckvieh? Ich will das killen! Du mal Haar, jetzt reicht's! Warte, Brett auf! Das ist Simon! Er ist wie ein bisschen abgerufen! Die, die noch mal voll sind! Boah, denn... Ey, gut, die sind offensichtlich! Ja, du! Das ist doch nicht! Ich bin sicher hier wieder tot! Ah! Ah! Schau mal, dein Feuerhase an Gangi ja. Nei... Gold! Ich komme jetzt mal mit dahin. Ja, weil ich hier und hier uns jetzt so gesehen habe, dass wir noch frei waren. Ich habe irgendwie Bock, hier mal ein schönes Haus hinzubauen. So, mit Lava als Boden und alles. Mit Lava als Boden. Ja. So. Ey, oder? Ne, sah nur so aus. Was sagt das da? Als ob da noch, äh, Dungeon ist. Ja, die Dinger heißen Dungeon, ist mir letztens aufgefallen. Es gibt doch NPC-Dorfs, ja? Äh, Ach, Dorfs. Meine Pusse. Wow! Naute! Es gibt doch NPC-Dörfer. Was war das jetzt? Weckon. Okay. Hat er irgendwelche... Oh. 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 so kommt aber ich möchte nichts sagen aber ich habe auch viel Bock runter ein bisschen zurück und runter machen wir haben habe ich mir die sauber ist jetzt ja die lichter haben wie nischt drei schüsse ist selber weg die schlecht sprach gespecht danke das muss man eleganter baut ich habe noch hinfeuer feile sollst du vielleicht mal wieder bock hast ein dämonen ich würde sagen und töt mir mal was ich kümmere mich um den hasen ich habe mir die muskete wofür habe ich sonst die waffe ja ich hab dir die sau meint auch einer fehler auf superman roms hier abfällt auf feuerhase hier unten ging es noch lang hier unten geht es noch hin wo sich soll ich doch unter schuppen ja okay du gehst da unten es ist ein ja ja da ist eine goldmünze ich würde mich das letzte mal fallen lassen hier musst du jetzt verrägt oder was er habe eine nein nicht sterben habe ich gar nicht vor